Die Eisenkisten wurden hier gelagert. Eine sorgfältige Untersuchung des Ortes könnte wertvolle Beweise zutage fördern. Ich sehe keine Möglichkeit, diese Tür zu öffnen. Dieser widerliche Teer! Meine Schuhe sind ganz verschmiert! Warten Sie, Watson. Diese Spuren haben uns eine Menge zu erzählen. Sehen Sie, wie ähnlich sie denen daneben sind. Am rechten Schuh fehlt ein Nagel. Ach, Watson. Unserem Fall wäre besser gedient gewesen, wenn ich die Intelligenz auch eingesetzt hätte, die Gott mir verliehen hat. Wenn Sie jemals auf die Idee kommen sollten, dieses Abenteuer aufzuschreiben, werden Ihre Leser sehr enttäuscht sein fürchtig. Ich hätte diesen Bereich des Lagerhauses mit mehr Sorgfalt untersuchen müssen, weil diese Fußspuren denen bei Stanwyck ähnlich sind. Wir müssen Ihnen nur folgen, um herauszufinden, wo Sie hinführen. Wer die Bücher gelesen hat, weiß, dass sie in der Ich-Perspektive geschrieben werden. Allerdings aus Sicht von Watson, der beschreibt, wie er mit Holmes seine Abenteuer erlebt. Und Maus. Ja. Und es wird auch im Buch immer wieder darauf Hinweise gemacht, dass der Watson ja das alles schreibt. Und hier sind wir... Ich brauche etwas. Ach, das ist... Und hier ist noch... Hier ist ein Etikett. Dieses hier ist weniger beschädigt. Institut Schwarzes, Edelweiß, 1836. Ausgezeichnet. Jetzt kennen wir die Quelle dieser illegalen Güter. Watson, wir kehren zurück in die Baker Street. Es gibt viel zu tun. Ich speichere hier nochmal kurz drauf. Es ist mir nämlich noch einmal abgestürzt gewesen bei einem anderen Spiel. Und schon gehen wir mit der Karte zurück zur Baker Street. Haben wir schon Nachricht von Mycroft? Mir scheint, da liegt ein Brief für Sie auf dem Tisch. Vielleicht ist er von Mycroft. Ja, einfach lesen. Einfach Pause machen und lesen. Das war jetzt noch nicht besonders viel, aber ich kann auch nicht alles vorlesen. Ich würde es... Ich würde es... Möge deine Larve durch den Äther gehen. Stern wie Maden in einer Frucht. Erwarte deine Wache, dir zu ehren. Licht der Tiefe. Er ist der, den du wähltest, uns die Schönheit tiefster Schwerze zu zeigen. Licht der Tiefe. Er ist der, der dein Zeichen im Körper trägt. Er wurde einer von uns. Licht der Tiefe. Seinem Ruf antworten die Tiefe. Und wir antworten in deinem Namen. Licht der Tiefe. Sein Körper ist Tannis. Sein Körper ist der Octopus. Seine Stimme ist deine Stimme. Der Traum und die Rückkehr des Großartigen müssen sich ausfüllen. Der arme Teufel, der unter diesem Lagerhaus lag, war also in der Tat der Besitzer des Passes mit der blutigen Zeichnung. Sein Daumen war aufgerissen. Er ist mit größter Sicherheit derjenige, der während seiner Gefangenschaft die Zeichnung anfertigte. Aber was brachte ihn an diesen Ort? Außerdem, wenn dieses Detektivbüro Ansehen genießt, dann aufgrund des Rufes seiner Gesellschafter. Sie gelten zu Recht als bewährte Fachleute. Deshalb dienten die letzten Anstrengungen dieses sterbenden Mannes dazu, Hinweise für diejenigen zu hinterlassen, die nach ihm suchen würden. Erinnern Sie sich, Watson? Der Zeigefinger dieses Mannes war staubbedeckt und wir fanden Zeichnungen in eben diesem Staub auf dem Boden. Genau, Holmes. Ein Pluszeichen in einem Rechteck. Lassen Sie uns die Fakten betrachten, Watson. Mehrere Menschen wurden gewaltsam unter das Lagerhaus 12 gebracht, betäubt und dann in Kisten mit dem Schiff zu einem bisher unbekannten Ziel gebracht. Für den Augenblick hat London uns nichts weiter zu erzählen. Diese Leute, wer auch immer sie sind, haben einen kleinen Vorsprung. Wir sollten ihnen nicht noch mehr geben. Wir müssen sofort abreisen. Aber wohin? Warten Sie, Watson! Mir kommt da plötzlich eine Idee. Was bedeuten für Sie ein Edelweiß und ein Rechteck mit einem Pluszeichen darin? Jupp, es gibt eine Flagge, die ein rotes Rechteck mit einem weißen Pluszeichen darin ist. Und die Flagge gehört der... Die Schweiz, natürlich! Watson, wir müssen unsere Aufgaben teilen. Ich werde über die Einzelheiten von Mr. Colbys Tod Bericht erstatten, da diese Angelegenheit Taktgefühl und Diskretion verlangt. Aber ich würde nie. Danke. Ich bin sicher. Watson, Sie wissen, dass ich das nicht persönlich meine. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Ich verlasse mich auf Sie. Buchen Sie eine Überfahrt für zwei auf den Kontinent. Sofort. Und Watson, versuchen Sie etwas über ein Institut namens Schwarzes Edelweiß herauszufinden und zu bestimmen, ob es in der Schweiz liegt. Wenn es diesen Ort gibt, dann finden wir dort sicher die Antworten, die wir suchen. Beeilung jetzt! Das Spiel hat begonnen! Jupp. Die Statue sitzt neben Watson. Moment mal, Holmes. Sie lesen ja einen Groschenroman. Ich dachte, ich finde Sie hier vertieft in alte Zeitungsnachrichten, auf der Suche nach Ähnlichkeiten mit unserem Fall. Und Sie vergeuden Ihre Zeit mit exotischen Abenteuern irgendeines unglaubwürdigen Helden. Hüten Sie sich davor, Populärliteratur als unseres Interesses für unwürdig zu betrachten, Watson. Werde ich außerdem nicht selbst von einigen Ihrer Leser als unglaubwürdiger Held betrachtet, der exotische Abenteuer erlebt? Holmes, das geht zu weit. Sprechen wir nicht mehr davon, Watson. Diese fürchterliche Statuette macht mich richtig nervös, Holmes. Diese Reise in die Schweiz bringt unangenehme Erinnerungen zurück, nicht wahr? Watson, diese Ereignisse sollten bleiben, wo Sie hingehören, in der Vergangenheit. Ich werde Sie jedoch nicht in die Schweiz begleiten. Wenn der Zug in Lyon hält, müssen wir uns leider trennen, da ich woanders noch etwas zu erledigen habe, das etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber Holmes... Und Sie, Holmes? Was mich angeht, Watson, ich werde den Fall von der anderen Seite aus untersuchen. Ja, ja. Er wird ihn von der anderen Seite aus untersuchen. Und zwar wörtlich. Aber ich will nicht spoilern. Irgendwo in den Schweizer Alpen. Sehr wenig Bäume. 11. September 1894. Behalten Sie einen klaren Kopfwurzen. Sollten Sie etwas Außergewöhnliches mit ansehen, egal wie unbedeutend es scheint, begeben Sie sich sofort ins Tal und fragen Sie nach Hauptkommissar Bilger. Ich kenne ihn. Er ist ein vertrauenswürdiger Bursche und wurde über ihre Anwesenheit in seinem Bezirk informiert. Er sollte sich als fähiger Verbündeter weisen. Aber... Ja, 11. September wägt unangenehme Erinnerungen. Vielleicht bin ich wahrscheinlich bewusst gewählt. Aber ich will die Stimmung nicht vermissen. Das Spiel vermisst Sie oft schon genug. Wie habt ihr eigentlich den 11. September mitgekriegt? Ich selber, ich war auch noch in der Schule. Das ist ja auch schon 2001. Auch schon wieder viele Jahre her. Das hier ist nicht gerade beruhigend. Kutscha, warten Sie hier auf mich. Ja, über ein Jahrzehnt. Und ich habe eigentlich ganz normaler, es war ein ganz normaler Schultag. Und irgendwann ist man nach Hause gekommen. Und dann kam es in den Nachrichten. Und dann, ja, Amerika, es war eigentlich schon alles erledigt. Und dann, was mich aber in Erinnerung geblieben sind, waren die mit zentimeterdicken, staubbedeckten Straßen. Und da drin Leute mit Atemmasken und alles. Das fand ich fast schon mehr beeindruckender, als diese Flugzeuge, die in die Türme gekracht sind. Wie kann ich Ihnen helfen, mein Herr? Guten Tag, Sir. Ich bin Dr. Watson. Ich komme gerade aus London und... Wenden Sie sich an Fräulein Müller. Bitte sehr, sie ist doch drüben. Sie konnte Ihren Besuch kaum erwarten. Sie hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Aber der Doktor kann Ihnen das alles viel besser erklären als ich. Sehen Sie, da kommt sie. Mein kleines Töchterlein. Guten Tag, Fräulein. Ich bin Dr. Watson. Ich glaube, Sie sind über meinen Besuch informiert. In der Tat, Doktor. In Ihrem Briefstand, Sie wünscht, mit Dr. Gügax zu sprechen. Ich werde nachsehen, ob er Sie jetzt empfangen kann. Danke sehr, Fräulein. Guten Morgen, Dr. Watson. Ich muss sagen, ich habe Ihren Brief mit Erstaunen und auch mit Stolz gelesen. Sie möchten also mehr über unsere Behandlungsmethoden wissen, um sie mit denen in Ihrem Land zu vergleichen. Ganz genau, Doktor. Ich bin sicher, dass wir Briten eine Menge von unseren Kollegen auf dem Kontinent lernen können. Da haben Sie ganz recht, mein lieber Doktor. Aber dieser professionelle Austausch hätte effizienter und einfacher auch schriftlich stattfinden können. Ich bin sicher, Sie verstehen, dass meine Zeit, wie auch die Ihre, recht wertvoll ist. Bitte sagen Sie mir, was genau brachte Sie ins schwarze Edelweiß, Dr. Watson? Das ist ganz einfach. Durch einige zufällige Ereignisse traf ich auf einen Ihrer ehemaligen Patienten. Seine Handlungen ließen ahnen, dass er an Störungen litt, wie... Guten Morgen, ich bin Amos Colby von der Agentur Northwood in Boston, Massachusetts. Stimmt etwas nicht, Doktor? Hören Sie, dieser Mann, der angeblich von der Agentur Northwood kommt, ist ein offensichtlicher Betrüger. Der echte Amos Colby ist tot und wurde erst vor wenigen Tagen in London begraben. Ich muss Ihnen jetzt alles sagen. Ich bin hier, weil ein Mitglied Ihres Personals in einen gefährlichen Handel zwischen diesem Institut und Gruppen in England verwickelt ist. Darüber hinaus sind diese Aktivitäten mit einer mörderischen Sekte verknüpft, die... Und Sie glauben, dass dieser Mann einer von Ihnen sein könnte? In der Tat. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass er hier ist, um jede Spur Ihres kriminellen Unternehmens zu verwischen, wenn Sie verstehen. Das tue ich in der Tat. Ich werde Sie zur Tür begleiten, Doktor. Ich hoffe, dass... Bitte kommen Sie morgen um dieselbe Zeit wieder und ich verspreche, dass ich Ihnen ganz und gar zur Verfügung stehe. Aber ich bitte Sie inständig, bewahren Sie völlige Diskretion über diese Angelegenheit. Kann ich mich auf Ihre Mitarbeit verlassen? Selbstverständlich, aber... Ja, der gleich... Guten Morgen, Sir. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie können zunächst einmal Ihren Männern sagen, Sie sollen alle ein paar Schritte zurückgehen. Dann können wir uns nett und freundlich... Sehr interessant. Wir haben Anzeichen eines Persönlichkeitszusammenbruchs und damit verbundener Paranoia. Ich muss Sie bitten, mit mir in den Untersuchungsraum zu kommen, damit wir Ihre tieferen Probleme enthüllen können. Keine Sorge, das ist nichts Ernstes. Nö, nö, ist nichts Ernstes.